so da bin ich wieder und ja wie katta meine stimme gehört habt diese map kenne ich auch also irgendwie kenne ich doch wenig mehr maps als ich dachte bin verwundert weil wie gesagt die dritte map die vierte map die kannte ich gar nicht also oder was die dritte keine ahnung irgendwie habe ich dann füllbar ist oder sowas keine ahnung wahrscheinlich aufgewickelt guck mich so die map die war auch ein bisschen erst mal drauf rennen und zurück rennen das weiß ich noch aber mir glaubt immer keiner bringt dich erst mal gegenseitig umgehen tippen ich bin schon da versteckt wieder eine kratzerne hände zur seite genommen ach klar leute bringt dich wieder um spart mir ne menge arbeit willst du mich schießen äh willst du mich schießen willst du auch mich schießen mhm schießt sich die da oben mit einer rakete vom protest wäre eigentlich gar keine so schlechte idee jawoll das hat spaß gemacht nein da lebt noch einer einer hat runter geflogen interessant da sind doch welcher da sind doch welcher so sonst gibt mir erstmal keine liebsten würde ich hier oben abschießen aber so weit hochkommend sind mit meinem gewehr von daher bleibt jetzt mal nichts übrig als hier oben zu ignorieren und zu hoffen dass sie mich nicht erwischen gut was war hier gut da kommt immer nicht rein da oben liegen ein paar fässer sollte ich die umbringen mal gucken ne da ist keiner da ich kann doch gar nicht runter bewegen das ist witzig na gut genug gelacht jetzt kommen wir zum ernst des lebens gut vielleicht kann ich sie von hier aus erwischen von hier bin ich relativ gerade auf einer höhe wo alter jetzt leckt mich ist das eine gute idee ich habe keine ahre ach warte klappt hier einfach dafür eine rakete zu verschwenden ist verschwendung gut dann müssen wir mal gucken also hier kommen wir nicht rein da brauche ich was blaues hier komme ich auch nicht rein weil es geschlossen wo komme ich denn dann rein muss ich hier lang ich will aber nicht lang hier ist auch nichts ne ich will da aber nicht rein da ist doch alles lava woher äh nein ok also ich muss da wohl rein gut dann müssen wir schon bereit ich auch vorbereiten doch schnell mal das herz der mensch schreiben du willst was von mir bitch please naja der verrecke meine schieß dich nicht ab du darfst alleine sterben los stirb qualvoll perfekt er ist richtig gemacht er ist sofort gestorben hier ist noch einer oder ah ne der ist gut da hinten ist eine plattform wenn ich da ganz schnell drauf springe kriege ich vielleicht krumm schaden ja scheiße wow alter was war das denn nein achso super super bei dem kind wird mich verarschen das ist doch nicht witzig ja danke hier gibt es rüstung kann ich gebrauchen das kann ich noch nicht gebrauchen und mehr gibt es hier nicht in dem raum ok verstehe Na komm, komm! Ah, ich hab's gehört bald. Achso, keine Ahnung. Dankeschön. Achso, das ist der Raum von... Ah, nice. Gleich richtig eliminiert. Ist nun ein Pfeiler. Wisst ihr, was mir grad einfällt? Hä, nebenan hab ich doch. Warte mal ganz kurz, ich muss sagen, dass wir was gucken. Ähm, Z-Doom. Wow, ich hab das hier, äh, das, 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 das hat die Texttapik gar nicht geladen. Na, ich bin ja ein Witzbold. Dann wollen wir das mal nachholen. Was für Ideen ich teilweise komme. So, das laden wir am besten an der Stelle. Dann nehmen wir das da rein. Lalalala. Z-Doom. Doom. Doom. DoomEye Texttapik 2017. Bam. Das mir jetzt nicht schon viel früher aufgefallen ist. Wow, das bringt genau gar an. Achso, doch, hier unten. Ah. Schau dir, die, 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 die Textur, wenn, wes, oder, wä? Die Textur, wegen der es mir aufgefallen ist, die ist natürlich nicht verändert worden. Alle, ah, ne die auch nicht. Aber alle anderen schon. Hm. Suspekt, Suspekt. Die Tür ist auch noch normale Textur. Hä? Leck mich. Yay. Ja, wir sind auch schon wieder dieses mit dem Colonition. Hey, was war das? Sehst du hier was? Das ist ein Zeitgestarter Schalter, also muss dafür irgendwas sein. Die Frage ist noch für was? Also, ich seh nichts. Egal. Lass dich. Secrets raussuchen ist mir zu anstrengend. Kriege ich zu viele graue Haare. Krone. Das ist gut lustig. Danke, London. Ich muss hier wieder reinnehmen was. Es geht immer mehr so von vorne. counters繼, die, 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 die die, die taillen, und die, 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 die. Danke dafür. Wah. Geht doch. Wow. Nee. So, jetzt hab ich... Hä, ich hab noch keine Partik bekommen? Hä? Ach so, ah. What the fuck? Was? Bitte, lass mich... Hallo? Am Arsch, gefickt, verloren. Wah. Alter. Ja, komm. Lad halt schnell an. Danke. Was? Ach so. Ich stirb doch mal. Ich stirb doch. Was? 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 Oh, oh, interessant. Danke. komm, geh auf! geh auf! geh auf! muss ich mir etwas putzen? hm, ok geh auf nicht hä, wo geht's denn jetzt hier weiter? ach, ich meinte nicht für Wahnsinn hier geht's wohl nichts weiter tja, gute Frage ha auch nett ist zwar nicht das, was ich gerade primär gesucht habe, aber gut wo muss ich denn jetzt hier weiter? ah verstehe ja, verstehe ja gehen wir mal hoch ach, die Kacke wir runter wie mache ich das jetzt am schiefsten? also am besten ich ja knickere Käthe rein ha 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 hä? da ist ja keiner wow Alter, die liegt immer komplett falsch hä? Alter, also langsam brechen wir das mit den Granaten hier könnte ich immer mal ruck gehen nein das war meine Version von Fick die Welt alter, das mit den Granaten habt ihr hier gar nicht was ist denn hier los mit den scheiß Granaten? ich würde sie nach da umwerfen jetzt schieß danke meine Güte ist da nicht was zum aushalten hier wow, äh, okay holy mauli holy mauli war das ein krampf mit den Granaten ey, das ist ja ich weiß schon warum ich die so extrem selten verwende die zu werfen die zu werfen ist ja weiß nicht riskanter als ich weiß nicht alles noch mehr? das macht man nicht gut, zumindest können wir hier hinten immer wieder zurück ich kann mich also erstmal ein bisschen weiter vorwagen äh, sonst geht es nicht außerdem ist der gelb okay okay ah, muss doch wegen Secret gucken ach, gibt da bloß eins na gut, jetzt wird es wahrscheinlich sowieso so stark versteckt als ich es nicht finde schnusskript schon wieder zu sehr sooo yay das war gut oh, alle erwischt das war ja mal geil aha auch du kacke hallo wow meine Güte hier 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 gibt es offenbar nach in Entdeckung gehen hier kommt dankeschön dankeschön okay geschlossene gesellschaft mest ein bisschen Glück finde ich vielleicht das Secret noch. So, dann ist das ein Schalter. Genau da. Da. So, okay. Ich weiß, ich habe kurz gespeichert, aber ich wusste nicht mehr genau. Ich, ist auch egal. Oh. Etwas, was mir gefährlich werden kann. Alle weg, alle weg, alle weg. Interessant. Ist das eine 50er Schachtel oder eine 100er? Ist eine 100er. Ich finde, die hat am nächsten Mal hier verschiedene Farben machen können. Eine für eine 50er und eine für eine 100er. Das ist jetzt sowas von eine Falle. Ich weiß hier schon, dass das eine Falle ist. Na gut. Okay. Frage Nummer 1. Wenn das nicht die Falle war, was war denn die Falle? Weil dahinter sind definitiv welche. Zweite Frage. Egal, ob das jetzt nur eine Falle war oder nicht, wofür war dieser Knopf? Was hat der... Ach, da. Ah. Was hat das gut, mami? Okay. Was? Mhm. Hä? Was? Ach so, ich muss auch rüberrennen. Das ist, was? 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 dass sie nicht hier gehört hat die nächsten doch andere ein glück interessiert mich das gar nicht ich bin immer wieder weg mal gucken ob ich hier ja danke und sonst ist hier aber nicht gut dann fassen wir es nicht mehr wieder so jetzt haben wir die gelbe ach so genau mit der kommt jetzt noch da fack ich bin gefreckt meine güte schrot nein danke schön gut kann ich also wieder ein bisschen schrot benutzen das ist schon mal sehr schön was das hier ich erinnere mich gerade hier war das secret irgendwo in einfach so einer gasse oder auch nicht äh nein ja Ja komm schon, und wo war das hier? Ah, weg doch! Jawoll! Ich hab das einzige mit in der Map gefunden. Woohoo! Was? Äh, Backpack brauche ich noch nicht. Die Dinger kann ich dann auch mitnehmen nachher. Das Ding könnte ich eigentlich jetzt schon mitnehmen. Komm, fang auf. Danke. So, den Backpack lass ich aber erstmal da liegen. Dafür bin ich grad ein bisschen zu voll. Kann ich nachher mit dem weiter wieder ein bisschen... ...Munition abgebaut haben. ...ich hab ich mir halt ein bisschen gelegt. Alter, versteck dich, der Scheiß Shotgunner, einfach direkt hinter den Imps. So was von... ...ohh, uh, 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 uh. habe, weil das deine Falle ist. Doch, doch nicht. Warum? Warum? Woah! Woah! Ah, danke. Äh, nein. Alter, ich bin mir so was von sicher, dass das auch so eine Falle war. Ich glaube, ich muss mal meine Hirnrichtung ein bisschen reparieren. Schlimm. Ah, oh, oh, oh mein Gott. Okay. Fuck. Meine Katze schütte los. Einfach weg. So. Ach so, genau, jetzt habe ich die blaue Karte. Mit der blauen Karte kann man jetzt... Momentchen, ich habe doch kein Secret. Hä? Ah. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also, ich weiß jetzt noch, dass hier ein Schalter war, aber ich habe keine Ahnung, was da ist. Hallo? Kann sich mir irgendwas geöffnet haben? Nein, 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 nein. Ich dachte, der kleine Raum da vorhin war das Secret. Tatsächlich ist das kein Secret. Das gibt's doch gar nicht. Wie kann das kein Secret sein? Wenn das kein Secret ist, was finde ich dann? Ah, erstmal noch nicht einsetzen. So, die Frage ist jetzt, was hat dieser Schalter geöffnet? Hä? Äh, okay. Ich bin also noch nicht am Ende. Jetzt bin ich echt ein bisschen sprachlos. Was musst du denn jetzt machen? Ich hab keine Ahnung. Bitte helf mir. Ah, nie, du Doktor. Hä? Oh Gott. Warum mach ich denn nichts an? Ich weiß schon. Kriegt mir auch nichts. Nee, dahin muss ich. Ach ja, stimmt. Hier bin ich ja. Ich bin schon wieder. Äh, oha. Halli, hallo. Oh, Mensch. Sei doch selber. Wow. Sehr rauke Gink, ja. Oh, was weiß ich aber nicht. Äh, komm ich da aber nicht ran. Oder? Nee. Bedeutet das nicht der Kreis, dass ich hierhin teleportiert werde? Oder muss ich umfühlen aufklettern? Ich heißen Ronny und ich habe nichts an dir. Ich heißen Ronny und ich habe nichts an dir. Ach, da oben. Ich heißen Ronny und ich habe nichts an dir. Äh, okay. Hier kommt schon mal nichts weiter. Äh, nein, kommt nicht weiter. Sag mal, ich muss hier irgendwo Teleporter sein jetzt. Äh, ach, wow, ist eine Treppe. Wow, ist natürlich, wow. Ach, komm, leg mich. Danke, danke. Ciao, ich bin raus. Tschüss. Feierabend. Weiter und feierabend. Keine Lust mehr. So, da oben ist jetzt das Rote, da muss ich hin. Danke schön. Was ist? Hä? Ach so, jetzt habe ich wahrscheinlich die Secret-Tüle da geöffnet. Gott, ist das kompliziert hier. Hoffentlich kriegen die Leute eine Geisterhebung. Ja, ich weiß, wo ich hin muss. Ich will nur gerade nach Munition suchen. Ach, siehst du, hier war auch noch was. Äh, hier war das. Ah. Ah, danke. Warum muss man das übertreiben hier? Oh, Achtung, Feuer. Yeah, yeah, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Das war das Secret. Na, schau mal einen an. Das habe ich aber ganz schön Defizit an, 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 an Scharfschutz-Munition. Hoffentlich kriege ich die wieder. Also, hoffentlich kriege ich die wieder zusammen. Na, komm, mach hin. Also, ein bisschen. Oh. Wissen wir, was war ja hier? Nee. Wo war das? Hier ist nur Pistole. Jetzt habe ich die ganze Zeit nur Scharfschutz-Munition. Alter, wieso Scharfschutz-Munition? Die ganze Zeit nur, äh, hier mein Gewehr benutzt. Nein! Ich will wieder hoch. Ich darf mich hoch. Dankeschön. Okay. Ich brauche das jetzt so. Also, hier war was. Genau. Und jetzt brauche ich noch das Backpack. Ich habe nichts mehr. Schade eigentlich. Ich brauche das. Vielleicht bin ich noch über 100 Munition. Das ist ja mal traurig. Na ja, was soll's. Kann ja mal passieren. Safe. Ah, so. Oh, erstmal reinkommenstecken. Gut. Das waren mal wieder vier Folgen. Halt also, ich habe heute schon wieder zwölf Folgen aufgenommen. Ah, Leo, ja. Ah, je, ich glaube, ich bin bettreif. Ich glaube, ich brauche erstmal... Ich meine, es war erst 16 Uhr, aber ich glaube, es ist... Ich meine, sowieso Winter. Draußen wird es schon wieder dunkel. Von daher. Alles legitim. Ah. Also. Na, glaub mal. Das reicht jetzt nach wieder. Für die Woche. Ich werde jetzt heute erstmal bequartieren. Halt also, überrechne morgen hochladen. Morgen ist aber wieder Schule. Halt also, ich werde es morgen vielleicht nicht bearbeiten können. Mal gucken. Halt also spätestens morgen Nachmittag. Wenn ich jetzt mal später zurückbedürfte, die ich jetzt aufgenommen habe. Dann wird dann bearbeitet sein. Das heißt also, ihr seht die Folgen wahrscheinlich am Montagnachmittag. Ja, am Abend. Mal gucken. Vielleicht auch gar nicht. Vielleicht noch nicht sie auch alle. Man weiß es nicht. Egal. Nichtsdestotrotz würde ich mal sagen, ciao mit V.